Das war nicht schnell genug, das war nicht schnell genug, das war nicht Weltrekord gebrochen. Zeig mal die Zeit. Was sagt die Zeit? Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal mit mir, euer Lexus. Und herzlich willkommen zurück zu Super Mario Maker 2. Und zwar das Ganze heute mal online, Freunde. Das Ganze online. Und bevor wir hier ein Level spielen, wollte ich euch noch was zeigen. Und zwar habe ich nämlich jetzt auch Level hochgeladen. Und zwar einmal das Level Crazy und Copa Chaos. Und ich blende euch mal zu beiden jetzt mal kurz die IDs ein, die seht ihr jetzt hier. Das eine Level hat eine Abschlussrate von 66, irgendwas Prozent. Weltrekordhalter ist Tigo G. Und geschafft haben das Ganze, zwei Leute bei drei Versuchen. Und das andere, Crazy, ist der Weltrekordhalter der Manuel 02. Eine Abschlussrate von 7,69 Prozent war es, glaube ich. Und einer hat es geschafft bei 13 Versuchen. Also da merkt man schon, das Level ist schon etwas schwieriger. Ihr könnt das gerne mal aufspielen. Ich habe euch jetzt die Level mal die IDs gezeigt. Könnt ihr auch gerne selber ausprobieren. Habe ich echt Dicks dagegen. Und ja, jetzt spielen wir einfach mal hier ein bisschen was online. Ich habe richtig Bock jetzt irgendwas online zu spielen. Dann spielen wir mal das von Real The Dude. Von, äh, ja, von Real The Dude. Und zwar das Level Create Castle. Bin mal gespannt, wie das jetzt abgeht hier. Throw the crates on the lever for quick platforms. Okay, mein Englisch ist jetzt nicht gerade das Beste. Aber ich versuche es trotzdem mal. Ich gebe mein Bestes. Na, Mario! Wir beide. Das schaffen wir jetzt. Das schaffen wir jetzt. Da bin ich optimistisch. Okay. Okay, 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 okay. Ah, okay, ah, okay. Au, ah. Jetzt weiß ich, was er mit Throw gemeint hat. Na, wenn es heute noch was? Ah! Boah, ist das hässlich. Renn! Ahi! Moment mal, kann ich in diese Röhre einfach reingehen? Run! Bullshit! Oh, no! Oh! So, ab dafür! Jawoll! Oh! Okay, der Panzer kann da auch rein. Das wusste ich gar nicht. Tschüss, Panzer! Oh, no! Aber da hat er, da hat er, da hat er, da hat er. Wo bin ich. Wo bin ich. Oh ne, jetzt geht das schon wieder los. NEIN! Fuck! Scheiße! Jetzt hat es einmal gut geklappt, jetzt klappt es gar nicht mehr! Ich kacke ab, Alter! Ich mache jedes Mal den gleichen Fehler! So, boah, heftig! Nein! Das ist wirklich so ein Level, wo man sich die Zähne ausbeißen kann. Hallo, 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 hallo! Andere Richtung, Mario! Nein! Was tut ihr mir an? Huh! Ich schmeiße das Ding doch früher weg, Alter! Ich probiere das jetzt doch einmal! Nein! 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 Einfach, einfach nein! Falls ihr euch übrigens fragt, warum es jetzt so dunkel auf einmal ist, das liegt daran, dass ich jetzt schon zwei Videos gemacht habe zu Fortnite. Und beide Videos haben keinen Ton! Und, äh, beide Videos fahren mit meinem Cousin mit dem Jan. Über Voice-Chat haben wir da ein bisschen gezockt und so. Fand ich eigentlich ganz cool. Aber, das Problem ist jetzt, das können wir leider nicht mehr so schnell zusammen wiederholen. Also, Fortnite an sich spielen kann ich noch, aber, äh, halt nicht mehr mit dem Jan, weil der ist ab heute, wo ich das Video mache, jetzt in ein paar Minuten, äh, macht er eine Klassenfahrt nach England. Und, ich weiß nicht, wie lange er da ist, aber ich werde ihn auf jeden Fall noch eine Zeit lang nicht mehr sehen. Deswegen, werden erstmal keine Videos mit ihm kommen. Leider. Weil, das habe ich eigentlich so als großes Ding nochmal, ähm, nochmal angesehen, aber... Was soll's. So, und das nächste Level, was wir spielen, ist von Caden. Und zwar, Copa, Koopa, Tuopa, Forest. Ich bin gespannt, ich hoffe ihr seid's auch. Ich bin ready für das Level. A very basic first level. Bin ich mal gespannt. Na, Mario? Ja. Diesmal machst du es besser. Besiege alle Copas zu einem Stück und erreiche das Ziel. Okay, den ersten haben wir schon. 2, 3. Wuppa. 4, 5. Aaaaaaaaaa. Wuppa. 2, 3. Alter, das, das ist, das sei erst mal so richtig gekonnt hier. So. 3, 4, 5. 1, 2, 3. 2, 3. 2, 3. vier, hoppa, fünf, come on, scheiße, das haben wir so klar, boah, ich hasse diese, diese, ah, ich hasse diese Greifarme in dem Spiel so sehr, so, das waren jetzt, glaube ich, schon sieben, so, ich hasse diese Greifarme, ey, ohne Scheiß, wirklich, das ist so ein abartiges, das ist richtig abartiges in dem Spiel, so, ich habe gar nicht mitgezählt, waren das alle? Ne, es waren neun, neun von zwölf, oh, da ist, Nummer 10, okay, also das gilt erst dann, wenn die wirklich alle weg sind, also, ohne, ah, ohne Panzer, die Koppers 10 anscheiden, die müssen wirklich komplett weg sein, dann machen wir sie mal komplett weg, das war der erste, fuck, so, zwei, drei, ah, ah, fuck, das war mir so klar, so, vier, fünf, oh, fuck, da läuft er noch rum, sechs, sieben, kommt her, kommt her, ah, geil, alle zwölf habe ich noch nicht mitgezählt, jetzt richtig, okay, jawoll, erstes Online-Level, geschafft, Level beendet, jawoll, war easy, simpel gehalten, war sehr, sehr einfach, war wirklich, sehr, sehr, war wirklich, es war einfach, das nächste Level, was wir spielen werden, ist von Mudkid, und zwar, Mudkidpia, Level, erste Ebene, Level 1, oder irgendwas, the first level of Mudkid, Mudkidpia, eight worlds, of eight levels, using Mario Maker 2, okay, Weltrekordata ist dabei, SS Taubi, mit 10 Sekunden, wär mal gespannt, wahrscheinlich wieder so, einfach, komplett durchrennen, oder wie, Mario, das war, das war sehr, sehr gut vorhin von dir, das sieht sehr, sehr verdächtig nach dem allerersten Level, das sieht sehr verdächtig nach dem allerersten Level aus, was man hier hat, damals in Mario Maker 1 noch, das ist auch so ein Level, ja, das ist, glaube ich, so exakt das gleiche sogar, okay, jetzt weiß ich auch, warum der Typ 10 Sekunden hat, jetzt probieren wir mal, das gleiche machen wir jetzt nochmal, das ist der Spiel, wir nochmal das Level, jetzt probiere ich mal, den Weltrekord zu knacken, das waren 10 Sekunden und 9 Millisekunden, probieren wir nochmal, weil ich hab echt Bock, diesen Weltrekord zu brechen, fuck, fuck, ich darf nicht hängenbleiben, ich darf nicht hängenbleiben dabei, Bullshit, das war nicht schnell genug, das war nicht schnell genug, das war nicht Weltrekord gebrochen, zeigen wir mal die Zeit, was sagt die Zeit, oh mein Gott, ich hab doch Weltrekord, oh shit, ich bin neuer Weltrekordhalter mit dem Level, macht's nach Japaner, macht's nach, macht's nach, heftig, ich hab den Röhrenhut erhalten, dafür, dass ich jetzt zum ersten Mal ein Weltrekord aufgestellt habe, wie cool, okay, ich würde sagen, ein Level spielen wir noch, ein Level mach ich noch, aber welches, 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 oh yeah, das heißt schon, das heißt schon easy Level und sieht überhaupt nicht easy aus, und genau das, wo wir jetzt, just have fun, mal gucken, ob ich den Fun haben werde, 33 Sekunden irgendwas ist von einem Amerikaner, glaub ich, Weltrekord, Mario, mega gut von dir vorhin, richtig gut, das geht auf jeden Fall auch, das geht auf jeden Fall auch, das geht auf jeden Fall auch, oh yeah, so ein Schlangenblock, oh yeah, wie ich die Dinger hasse, wohin, Digga, okay, hier geht es eindeutig nicht hin, ich finde es nicht witzig, ich finde es nicht witzig, wie mache ich denn die Dinger kaputt, ich glaube, ich weiß es, hallo, dreht euch um, ey, okay, die kommen zurück, die kommen zurück, die kommen zurück, die kommen zurück, und, ab dafür, come on, come on, come on, yes, war easy level, war ein easy level, doch war ein easy level, oh yeah, Mario time, wenn wir das level hierfür, und ich beende auch das Video mit, diesem, äh, Level, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, ein bisschen online hier gezockt, ich bedanke mich bei euch für die Seite, was tun, also, wenn ihr Bock habt, zu uns gerne, nächste Folge wieder, bis dahin, alles Gute, haut rein, euer Lexus, Peace.